Heute im Video die neuen Kunststoff-Breakaways. Was ist das und wie funktionieren sie? Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support, eurem Talkshop in München und natürlich auch online unter divesupport.de. Heute im Video die neuen Breakaways, das sind Kunststoffteile, die euch ermöglichen, euren Schlauch mit einem Karabiner zu verbinden und dabei aber eine Verbindung zu schaffen, die sich auch schnell wieder lösen lässt. An unserer Longhouse bringen wir normalerweise einen Karabiner an. Da haben wir auch vor kurzem ein erstes Video dazu gemacht, warum es das überhaupt braucht. Findet ihr hier oben, verlinke ich euch hier oben. Und an diesen Karabiner gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten, wie man diesen Karabiner an der Longhouse hier mit dem Schlauch verbindet. Das könnt ihr mit Kabelbindern machen, das könnt ihr mit Cave-Line machen. Es sollte aber auf jeden Fall eine trennbare Verbindung sein, die man im Zweifel dann zumindest abschneiden kann, wenn ihr es mit einer Cave-Line macht oder wenn ihr es mit einer Kombination aus Gummi und Kabelbinder macht. Dann könnt ihr es auch abreißen. Aber hier gab es halt jetzt wieder jemanden, der etwas versucht hat, das Ganze etwas einfacher für euch zu machen. Und dabei sind diese sogenannten Breakaway-Kunststoffteile entstanden. Gibt es in vielen verschiedenen Farben, auch in Schwarz. Nur in Schwarz ist er schon weg. Darum deshalb hier jetzt mal die klassischen Farben. Schwarz können wir uns wahrscheinlich am leichtesten vorstellen. Wie gesagt, die Farbe spielt keine Rolle. Das ist einfach ein zusätzliches Feature für diese Dinge. Und diese Breakaways werden dann mit einem Bolt-Snap verbunden. Also ihr nehmt dieses Kunststoffteil mit eurem Bolt-Snap und drückt den Bolt-Snap hier rein, damit er hier oben in dieser oberen Halterung drin steckt. Damit ist er hier auch erstmal fest. Bleibt aber völlig beweglich. Also ihr habt hier alles Spiel. Also insofern ist es nicht so, dass das dann irgendwie groß blockiert. Das funktioniert ziemlich gut. Und wie gesagt, er ist auch fest. Also er kann hier nicht einfach rausrutschen. Man muss hier schon ganz schön drücken, um ihn wieder rauszubringen. Gerade wenn das Ganze dann nochmal vielleicht ein bisschen kälter wird, ist das sicher eine feste Position, wo ihr euch keine Sorgen um dieses System hier machen müsst. Auf der anderen Seite habt ihr nun hier diese zusätzliche Klammer. Und die passt genau auf einen klassischen Mitteldruckschlauch. Ihr habt auch gerade gesehen, das geht auch nicht so einfach. Sollt sie auch nicht. Das soll sich ja nicht sofort wieder lösen. Und schon habt ihr hier eine ziemlich gute Verbindung von eurem Karabiner mit eurer Longhouse, mit eurem Schlauch. Ihr könnt es wahrscheinlich genauso gut auch unten für das Finimeter verwenden. Aber gedacht ist es eigentlich hier für die Longhouse, um den Karabiner anzubauen. Und wie ihr seht, hält das ziemlich gut. Ihr könnt aber eben, wenn es nötig wird und das Ganze man hier trennen muss, dann wenn man anzieht, geht das Ganze auseinander. Aber wie gezeigt, man muss hier schon ein wenig ziehen. Das geht glaube ich nicht von allein. Also wir müssen, das ist ganz neu für uns dieses Produkt, wir müssen jetzt ein bisschen Erfahrungen auch damit sammeln. Aber ich war eigentlich schon überzeugt, es scheint zu funktionieren. Es hält ziemlich gut. Und ich lasse es nochmal zusammen. Also hier, ihr seht schon, dass das hält was. Und trotzdem ist es eine trennbare Verbindung. Eine einfache Geschichte, um hier die Longhouse dann mit dem Karabiner zu verbinden. Und es trägt auch nicht besonders dick auf. Es ist jetzt nicht so, dass man hier einen riesen Klöpper irgendwie dran hat. Muss man probieren. Ich glaube, es ist eine gute Alternative zu den klassischen Befestigungsmethoden, wie eben das Ganze mit einer Cave-Line oder mit einem Kabelbinder-Oding zu machen. Probiert es aus. Es ist keine besonders teure Geschichte. Ich würde es ausprobieren. Schreibt uns dazu unten in den Kommentaren, wie ihr damit zurechtkommt, wie eure Erfahrungen damit sind. Würde uns freuen, wenn wir hier Feedback zu diesen kleinen Breakaways bekommen. Natürlich mache ich euch unten in der Infobox einen Link zu dem Produkt, damit ihr das auch schnell bei uns auf der Homepage findet. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr die einfach mal ausprobiert. Funktioniert übrigens. Darum habe ich hier auch ein paar andere Bolt Snaps noch hergerichtet. Mit einem größeren Bolt Snaps natürlich sowieso. Hier dann mal so drin. Hier hat er natürlich genauso sein Spiel. Das Auge ist groß genug. Da könnt ihr dann schon machen, was ihr wollt. Und darum denke ich, ist es auch sicherlich ganz gut geeignet, um eben seinen Hochdruckschlauch auf der linken Seite wegzuklicken und hier auch wieder eine trennbare Verbindung zu haben. Eben mit diesem Karabiner. Und was eben auch funktioniert, mit unserem allerkleinsten Big Grip, der wirklich ein sehr, sehr kleiner Bolt Snap ist und den ich eigentlich auch empfehlen würde, den hier an der Longhouse zu verwenden, weil er wirklich der kleinste und schlankste ist und somit am wenigsten Gewicht hier hat. Und auch der funktioniert hier noch mit den Breakaways. Allerdings zugegeben, wie ihr seht, also er lässt sich schon wunderbar bewegen, aber hier kann euch schon eher mal passieren, dass er auch mal blockiert. Im Gegensatz zu dieser Variante, wo ich das Problem eigentlich nie habe. Hier durch das, dass er relativ schmal geschnitten ist, passiert das schon mal, glaube ich, dass er hier, so wie hier, dass er da nicht so schön rutscht, dass er mal kurz hängen bleibt. Aber ihr seht, der Spielraum ist nicht schlecht, also es funktioniert auch mit diesem allerkleinsten, sehr kleinen Bolt Snap eigentlich problemlos und wunderbar dann mit der zweiten Größe. Auch der ist ja sehr klein, dieser Bolt Snap hier, wenn ihr den vergleicht. Also so viel Unterschied ist da zur nächsten Größe nicht und mit dem funktioniert es auf jeden Fall wunderbar und umso größer die Bolt Snaps werden, umso besser oder umso idealer ist das Ganze. Aber gedacht ist es ja eben, wie wir schon jetzt mehrfach gesagt haben, für die Longhouse und da sind diese zwei kleinen sicher ideal und die funktionieren mit dem Breaker Wast Trap. Wenn euch das Video gefallen hat oder das Produkt gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da, lasst uns ein Abo da, so damit wir euch gleich wieder informieren können, wenn wir ein neues Video hochladen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei DiveSupport.